Rolf Dobelli, Turbulenzen 1. Ich schenke Vertrauen, dann bin ich es los. Wirf den Stein als letzter, Du kannst aus den Fehlern der Andern lernen Und triffst genauer. Licht ist, wo die Dunkelheit sich ausruht. Als Fledermaus würde ich in der Finsternis alles erkennen, außer gedruckte Buchstaben. Allrad angetrieben in Miami im Stau stecken. Ich bin der Monopolanbieter meiner Gefühle, darum die miserable Qualität. Sich einmal richtig ausweinen, einmal die Badewanne mit Tränen füllen und dann nie mehr traurig sein. Der im goldenen Käfig denkt, wenn der Goldpreis steigt, steigt mein Wert. Maniküre für die Hand des Schicksals. Gegen nichts bin ich so gut versichert, wie gegen den Freudentaume. Gesucht die Börse, an der man äußeren gegen inneren Reichtum tauschen kann. Miami ist von allen komplizierten Flughäfen der einfachste. Einen Märtyrer-Tod sterben. Aber nicht ganz, damit man noch was vom Ruhm hat. Will ich Platz nehmen, sitzt er schon auf meinem Stuhl. Will ich mich ins Bett legen, liegt er schon da. Er steht genau an dem Ort, wo ich auch habe stehen wollen. Man kann nicht verreisen. Immer ist er schon da, der meinen Platz eingenommen hat. Er. Je mehr Möglichkeiten mir offen stehen, desto mehr Zeit verschwende ich damit, sie zu schließen. Man müsste, um mich ernst zu nehmen, sehr unernst sein. Er steht nicht gern Schlange, noch weniger für den Rückflug nach Zürich. Aber er glaubt, er steht ein bisschen lieber Schlange als die anderen. Das macht ihn ein bisschen glücklich. Und so macht es ihm vergleichsweise wenig aus, Schlange zu stehen. Er hat seiner Computermaus einen Namen gegeben. Die Hoffnung begraben, damit man sie an schlechten Tagen wieder ausgraben kann. Lieber gute Äußerlichkeit als schlechte Innerlichkeit. Gern würde ich mich der Grenze meiner Geduld mal von der Seite der Ungeduld her nähern. Vor mir, sie kann nicht ohne Übergepäck reisen. Beim Check-in wird der Mann mit einem Blick bestraft, der ausdrücken will, schon wieder einer, der seine Frau nicht im Griff hat. Dem könnte er höchstens begegnen, indem er seine Frau vor den Augen der Check-in-Dame zwingen würde, die Kosten für das Übergewicht selbst zu begleichen. Aber wenn er das könnte, dann könnte er sie auch zwingen, ohne Übergepäck zu reisen. Ich gebe mich nachdenklich. Es befreit mich von der Erwartung, es wirklich zu sein. Jubelnd stürzt er sich in seine Karriere. Und jubelnd entsteigt er ihr auch wieder. Dazwischen liegt Verdard. Der Flughafen ist von Abschieden durchtränkt, die sich im Boden abgelagert haben und die man, wenn man stehen bleibt, in sich aufsteigen spürt. Ich schreite jedes Mal so schnell wie möglich durch die Hallen, damit ich nicht zu heulen anfange. Vor dem Gate stehen die Schlangen Mensch. Zutritt für Unbefugte erlaubt. Ich bin das Tal, durch das sich der Zeitfluss gräbt. Nichts ist mir vollkommen fremd. Ich kann verreisen, soweit ich will. Stets dieser Mief des Bekannten. Der Mief bin ich. Ich stürze zusammen mit Microsoft täglich ab. Zeigt Gefühle auch die nicht vorhandenen. Im Geld schwimmen und dann vor Erschöpfung ertrinken. Paradies – Kongruenz von Denken und Fühlen Erschöpfung Erschöpfung Säbäinen Erschöpfung Erschöpfung Erschöpfung